Ich könnte mal... Ne, hab ich ja keine Fäden. Das ist auch nix. Jetzt bräuchte ich Fäden oder so, dann könnte ich Angeln gehen, mal. Und mir einen Bogen basteln und so. Ja, wieder Zeit totschlagen, bis es Nacht ist, komm. Das ist mal nicht so... Das ist mal... Ja... Ne, will ich eh nicht machen, aber jetzt, also im Singleplayer würde ich jetzt einfach mal die Zeit auf Nacht stellen und das war's dann. Da sind wir einfach auf... Ja, wir sind auf einfach. Auf Nacht stellen, dann mir ein paar Spinnen. Ja, wahrscheinlich wäre ich zu faul, selbst auf Nacht zu stellen. Ich würde sie mir einfach cheaten. Jetzt zum Angeln. Wobei ich keine Ahnung habe, warum ich da angeln sollte. Da würde ich einfach so ohne Essen und so reingehen. Und da ist noch ein bisschen... Komm, das bauen wir mal schnell ab. Schnell ist hier relativ, aber egal. So rein. Na hoch. Schneller hoch. Ja, noch geschafft. Wieder zwölf Gehirne. So, zwölf neue Gehirne. Und die Musik macht mir grad voll Angst. Das ist... Das geht nicht. Nächste. Was denn das? Nein. Ja, das ist doch cool. Das... Das nehme ich, das nehme ich, das nehme ich. Ja. Ich hab Hunger. Hallo? Ist das fertig? Ist das... Ja. Ja. Ey. Zwei Getreide jetzt. Ja, endlich. Ich kann jetzt nicht einfach so... Warte, ich muss erst, wenn ich drei Getreide hab. Los, los. Rein und rein. Und rein. Und... Erstmal die Gehirne loswerden. Und... So. Warte. Nein, noch nicht. Eins, zwei und drei. So macht man sich ein Brot. Ist sinnvoller, wäre es ja mit Te... Also mit Mehl und dann so Mehl. Also da kriegt man so... Drei Mehl raus. Sag mal... Nee, aus einem Weizen gibt's drei Mehl. Und aus... Hier acht Mehl und einem Wassereimer kriegt man dann... Äh... Acht Teig, meinetwegen. Acht Teig. Und dann den Eimer bleibt halt da drin. Dann hat man aus... Acht Weizen hat man acht Teig. Und aus... Ja, das wird dann... Da kriegt man einfach vier Teig raus. Mach mal, kriegt man vier Teig raus. Dann hat man gute Brot, zwei Weizen einen. So, bleibt's dann näher in den drei Weizen ein Teig. Und dann... Nee, komm, kriegt man acht. Also dann so... Also hier, Mehl, Wassereimer. Da kriegt man dann acht Teig wieder raus. Und... Nee, macht man nicht einfach Mehl und Wasser. Nee, doch, macht man schon so. Ja, ich wiederhole mich jetzt die ganze Zeit und mach nicht das, was ich machen wollte. Nämlich ein Brot. Hier, guck, Mehl, ein Wassereimer. Da kriegt man acht Teig raus. Und den Teig schiebt man dann ein in den Ofen und kriegt dann aus dem Ofen ein Brot. Und ein Brot. Brot, 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 Brot. Ja, Brot, Brot, Brot. Jo, ah. Okay, ich drehe total durch. Brot. Und jetzt... Ich brauche jetzt... Oh, da ist schon wieder was gewachsen. Jetzt geht's schnell. Ich stelle mich jetzt hier raus. Und der... Und der Musik hier und... Nampf... Ja, das ist nicht dumm. Ich hätte ein Dach draufbauen können. Und jetzt fällt's mir ein, einfach mal Achsenheben, Waldabfällen und dachte drauf, boah, ich bin so blöd. Ernsthaft. Okay, jetzt bei dem tollen Anblick hier. Nampf, nampf, nampf. Mhh. Oh, aber das ist gut und schon weg. Das gibt's doch gar nicht so schnell. Es ist weg und es... Halt nur zweieinhalb. Was ist denn das für eins? Äh. Halt nur zweieinhalb. Aber jetzt habe ich schon wieder zwei. Ja, ne. Ich habe ja also in meiner Letcher-Welt benutze ich auch zum Spielen. Also ich spiele... Ich cheat mir eigentlich normalerweise. Cheat ich mir nix. Nur wenn ich halt richtig was zum Beispiel passiert ist, in meiner Monster-Falle. Ich baue die Monster-Falle, also XP-Form war das... Baue ich nochmal komplett um. Mit ewig viel Glas hab's endlich fertig. Äh, Level, so gute fünf Level. Auf einmal macht's die Schwung und ein Creeper haut mir alles hoch. Weil, keine Ahnung warum. Aber das ist mir jetzt... Heute hab ich... Das ist mir jetzt zum zweiten Mal jetzt passiert. Langsam sollte ich... Ah, oh nie. Nein, 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 nein. Äh, Hundi? Äh, äh, äh... Da bist du ja, armer Hundi. Ja, komm mal mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Armer Hundi. Was war denn da jetzt los? Oh, 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 oh. Da brauche ich jetzt ein bisschen. Komm mal mit, komm mal her. Komm, 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 komm her. Komm, komm, komm. Komm halt her. Ne, jetzt traut er sich nochmal da runter. Ich hab jetzt auch Angst, ihn mal runterzuschieben. Was war denn da jetzt auf einmal aber los? Auf einmal steht er da im Staaten. So, was ist denn das denn? Idiotenhund. Idiotischer Hund. Ja, los, komm. Komm. Komm, geh da weg. Blöder Hund. Geh da runter. So ein blöder Hund. Ah. So. Jetzt kann ich ihn wenigstens da rausschieben. Und wieder da hin. Aber was war denn das? Jetzt auf einmal steht er da in der... Ich hab jetzt Angst, ihn wieder reinzuschieben. Komm, ja, drehe dich mal her. Ja, gut so. Jetzt hab ich nichts, was ich ihm essen kann. Und das Brot ist so... Halt, ja, also in meiner Letcher-Welt hab ich Mod. Weil ich so fast drei... Also zweieinhalb große Kisten mit Eiern voll. Und das wird... Ich schätze mal, wenn ich mich direkt daneben... Einfach mal... Und... Ich hab jetzt gute 75% Produktivität... Ne, gar nicht. Ich hab vielleicht... Ich überleg jetzt mal... 40... Ja, 40%... Eigentlich ist die Produktivität da ja also so... Bei dem Ausbaustatus, den ich hab, ist enorm. Wenn ich die auf 100% hochschrauben würde... Da würde ich mich an den Ausgang... Also da, wo die Eier dann rauskommen... Hinstellen. Und nach einer Minute hätte ich wahrscheinlich das Inventar voll. Jetzt ist es so, ich hab vielleicht... Ich weiß nicht. Also wer Gronkh schaut... Und auch die von Gronkh kennt... Die... Das Hühnerspaßbad... Warum hab ich das jetzt abgebaut? Keine Ahnung, setz ich da hin. Der wird's wissen, es ist genauso aufgebaut... Bloß ungefähr... Das ist acht Felder lang. Äh... Hat eine so Zelle... Halt so die acht Felder... Acht mal zwei Felder halt... Hab ich davon... In einem hab ich Gebäude vier... Und ich hab insgesamt zwei solche... Also... Ne, acht hab ich... Also 16. Und die voll mit Hühnern... Wer den jetzt kennt, das weiß... Da kriegt man ewig viel raus. Weil ich hab momentan nur... Also... Nur zu zwei Drittel voll... Ne, zu drei Viertel hab ich's voll... Und... Also überhaupt besetzt... Und da auch nur immer... Zur... 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 Guten Hälfte besetzt... Jetzt schau ich mal grad wieder... 2026... Jetzt... Dö... Hallo, jetzt geht die Sonne gleich wieder unter... Jetzt bleib ich aber mal wach... Und hoffe, dass kein Creeper kommt... Und... Oh, 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 oh... Was mir... Was ich auch schon aus eigener Erfahrung weiß, ist... Immer aufs Dach gehen und mal ausfackeln... Weil da ist es mir schon mal passiert... Das macht... Ich liege Bett... Da kommt dann, äh... You cannot... Mess... Äh... You cannot resten aus... Ja, Monsters... Ja... Nerby... Oder wie man's auch immer ausspricht... Das war auf jeden Fall falsch... Und dann gehe ich raus auf den Balkon... Hä, da ist doch gar nichts... Da ist doch gar nichts... Und dann... Schau aus noch einmal... Boom... Zisch... Boom... Also... Wie, wenn irgendwas von zu hoch runter springt... Springt halt vom Dach... Nein, ich wollte da nicht schlafen... Boah, jetzt hab ich schnell Bett kaputt gemacht unter mir... Und so... Jetzt wird's dunkel... Ja, ich will dich nicht wieder in die Mauer schieben... So, auf jeden Fall... Hallo? Äh... Ich drück... Keine Tastung... Du schieb mich trotzdem von der Wand zurück... Äh... Wand, du bist mir gerade unheimlich... Hallo? Da ist irgendwas irgendwie in der Wand drin... Oder was ist da los? Die schiebt mich zurück... Äh... Ja... Immer doch... Äh... Immer... Hallo? Ist das hier bei dem Glas auch so? Ja... Cool... Hey, den muss ich mir merken, den Bug... Ist das ein Bug oder ist das so gewollt? Cool, das muss ich mir auf jeden Fall merken... Das ist... Da, au... 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 Es ist hier auch so? Ja... Äh... Hallo? Ja auch? Au... Au... A... Hallo? Ja, hier nicht... Au... Au... Scheiße, wenn ich jetzt stehe... Ne... Bin ich ja wieder hier drin... Ich will jetzt nicht zu nahe... Hallo? Hallo? Also, ich will halt nicht unbedingt sterben... Ja... So, das muss jetzt... Aber der heilt mich auch nicht genug, ist das Problem... Und... Baaah... Boah... So ein Scheiß... Du bist gestorben... Punktestand 22... Ah... Lass meinen Hund in Ruhe... Scheiß Spinne... Scheiß Spinne... Sp... Lass meinen Hund in Ruhe... Scheiße... Und gestorben... Ey, die dürfen doch gar nicht mal angreifen... Ja, setz dich mal da hin... Hallo? So, jetzt werde ich aber wütend... Hier... Uhhh... Blödes Gelätt da... Und da droppt es nicht mal was... Was ist denn das für eins? Hallo? Und dann... So ne... So ne Spinne... Jetzt bin ich... Äh... Mein erster Tod in diesem Let's Play... Und das ist auch noch super dämlich angestellt... Das gibt es doch eigentlich gar nicht... Hier schaut's bloß... Das sind lauter Kühe... Äh... Total dämlich angestellt... Natürlich... Jetzt zumal... Aber... Naja... Was soll's... Ist ja jetzt nicht der Weltuntergang... Ich hab ja alles wieder... Aber die hätte... Eigentlich sind die da... Müssten die doch... Friedlich sein... Und Zombies für... Also das hier ein bisschen... Zombie... Fleisch bekommen... Für einen Wolf... Um einen Wolf zu tamen... Äh... Äh... Was war das für ein komisches... In die Wand laufen... Geht das jetzt immer noch? Ne... Jetzt nicht mehr... Jetzt kann ich nicht mehr reinlaufen... Was war denn das? Drittens... Warum hat die mich ange... Ne... Erst drittens... Jetzt warum spawnt... Da oben... Ich hab doch extra noch ausgeleuchtet... Genau aus diesem Grund... Damit da oben nichts spawnt... Und... Viertens... Warum greift die mich an... Die dürfte mich doch theoretisch... Gar nicht mehr angreifen... Also heißt... Also es ist doch so... Dass die mich nicht mehr angreifen... Dann... Wenn es Tag ist... War das noch nicht lang genug Tag? Oder was war da jetzt los? Auf jeden Fall... Total blöd... Total blöd... Angestellt gestorben... Das ist los... Das weiß ich... So... Hundi... Ja... Ich will jetzt den Hund nicht schlagen... So... Zeig mal... Jetzt geht es ihm schon wieder besser... Also... Ja... Komm mal mit... So... Ich brauche... Ich muss das... Nein... Das muss ja offen bleiben... Damit er rein kann... Äh... Sieht so aus als... So... Geh halt da runter... Oh... Da hab ich noch einen... So... Gleich mal zwei Brot... Cool... Schon so viel gleich zwei... Ich... Das ist... Ups... Und dann halt... Es gerade mal jetzt... Dürfte komplettes Leben sein... So... Dann... So... Und... Jetzt kann ich mir immer noch keine Angel machen... Weil... Dann ist es so eine komische Spinne... Die mich umbringt... Auch noch so tropffaul... Ja... Blöder Hund... Jetzt ist er wieder raus... Ja... Nein... Komm jetzt... Komm jetzt... Komm... Ich... Äh... Die Spinne... Ich mach jetzt wieder Aufnahmepause... Hab ich beschlossen... Ja... Ja... Komm rein... Wenn der Hund die mal drin ist... Komm rein... Komm... 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 Feiner Hund... Blöder Hund... Ernsthaft... Nächste Aufnahme... Werde ich dann in eine Höhle gehen... Also... Oder... Was ich machen soll... Ja... Schreibt's... Also ich hoffe... Es gibt wieder... Auf die Aufnahmen... Auf die Folgen... Gibt's wieder so gutes Feedback... Es kann... Vielleicht... Hoffentlich... Oder... Hoffentlich... Vielleicht... Wird's auch besser... Wird's auch besser... Wird's auch...